Die Fünf-Tage-Woche und ein freies Wochenende, der Acht-Stunden-Tag, Lohnfortzahlung, wenn man krank ist, bezahlter Urlaub, Arbeits- und Kündigungsschutz, ordentliche Tarifabschlüsse und steigende Löhne, Mitbestimmung in Betrieben und Unternehmen. Vieles davon scheint uns selbstverständlich. Aber das alles würde es gar nicht geben ohne Gewerkschaften. Ohne das Engagement unzähliger Frauen und Männer, die sich vor 75 Jahren im DGB im Deutschen Gewerkschaftsbund zusammengeschlossen haben. Happy Birthday von hier aus. Dieser Jahrestag ist ein guter Tag für das Engagement, einmal ganz ausdrücklich Danke zu sagen. Ganz persönlich und zugleich auch im Namen von 46 Millionen Beschäftigten sowie über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland. Es geht heute aber nicht nur darum, was Gewerkschaften in der Vergangenheit alles erreicht haben für unser Land und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Wir brauchen starke Gewerkschaften auch in Zukunft, gerade in Zeiten wie diesen. Die Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, die Modernisierung unserer Industrie, das alles verändert, wie wir in Zukunft arbeiten. Unsere Gewerkschaften machen sich dafür stark, dass alle mitkommen bei solchen Veränderungen. Etwa indem sie immer wieder darauf drängen, dass die Unternehmen in die Aus- und Weiterbildung ihrer Beschäftigten investieren. Die Gewerkschaften waren auch zur Stelle, als Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Energiepreise in die Höhe trieb. Zusammen mit den Arbeitgebern haben wir uns hingesetzt und den Weg freigemacht für eine Inflationsprämie. 26 Millionen Beschäftigte profitieren davon, im Schnitt reden wir über rund 2.000 Euro pro Kopf, steuerfrei. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die nach Tarifvertrag bezahlt werden, waren es sogar um die 2.700 Euro. Nicht nur dieses Beispiel zeigt übrigens, wie wichtig Tarifverträge sind. Beschäftigte ohne Tarifvertrag arbeiten im Schnitt fast anderthalb Stunden länger pro Woche, verdienen aber im Schnitt 11 Prozent weniger als ihre Kollegen mit Tarifvertrag. Bei Vollzeitbeschäftigung macht das im Monat fast 700 Euro Unterschied. Deshalb kämpfe ich dafür, dass wieder mehr Beschäftigte nach Tarif bezahlt werden. Ein wichtiger Hebel dafür ist, dass wir Aufträge des Bundes in Zukunft nur noch an Unternehmen vergeben, die nach Tarif bezahlen. Diese Verbesserung kommt. Wer arbeitet, der muss davon leben können. Übrigens auch im Ruhestand. Deshalb stabilisieren wir die gesetzliche Rente. Das hilft den Rentnerinnen und Rentnern, aber auch allen, die heute noch ganz am Anfang ihres Arbeitslebens stehen. Denn auch sie haben Anspruch darauf, dass sie später eine ordentliche, verlässliche Rente bekommen. Über das nötige Gesetz dazu hat sich die Bundesregierung schon verständigt. Jetzt muss nur noch der Bundestag darüber entscheiden. Also auch das ist in Arbeit. Deutschland ist ein starkes Industrieland. Gemeinsam mit den Gewerkschaften kämpfe ich dafür, dass das so bleibt. Und nicht zuletzt geht es mir immer auch um diejenigen,